Das sind die Top 5 der besten Roblox-Obbys. Diese sind die schwersten Parcours in ganz Roblox. Wenn du glaubst, dass wir das schaffen können und auch den letzten Parcours am Ende des Videos, dann schau bis zum Ende und los geht's! Kaspar, was machst du da? Alter! Guck mal, wir kommen hier nicht raus! Alter, wir können aber... Wir können doch nicht rüberklettern. Warum sind wir hier eingesperrt? Wo ist das? Weiß ich auch nicht. Kann wir hier am Hebel ziehen? Ich guck, aber ich glaub, das geht irgendwie nicht, ne? Das bringt ja nix. Guck mal! Was? Wer ist denn das? Hey, der macht irgendwie ein Steak. Berry Butcher oder sowas? Berry Butcher? Guck mal, der hat hier sogar so Forellen. Was sind das hier? Ja, so was. Ja, das sind echt Forellen oder Rotfedern oder sowas. Alter, okay. Warte mal, sag jetzt nicht der Furzt. Oh nein. Alles gut. Alles gut. Einfach leise an dem vorbei. Ich glaub, der macht hier... Ich glaub, wir sind in einer Fleischerei oder sowas. Ja. Wow! Alter, die Tür. Nein, die können nicht mehr zurück. Nein! Die können nicht mehr zurück, Kaspar. Aber schläft er noch? Aber schläft er noch? Ja, ne? Der ist noch am Schlafen, glaub ich. Aber am besten sollten wir jetzt schon hier weggehen. Wir sind hier grad wirklich in der Eiskammer, ne? Wo hier die das Fleisch einfrieren. Guck mal, die Eiswürfel unter uns. Oh Gott. Ja, aber das Fleisch drin. Das Fleisch drin. Spareribs und so. Ja! Okay, was sind wir... Was ist jetzt hier am Start? Die Eiszapken? Ja. Da läuft der rum. Oh mein Gott, da ist der! Da läuft der. Nein, der hat mich gesehen. Der hat mich gesehen. Oh nein, du hast recht. Lauf. Lass mich, lass mich. Okay, ich hab den gedrückt. Aber wo ist ich... Ich auch. Müsst ihr hier hoch? Müsst ihr hier hoch, oder was? Wohin, 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 wohin? Ja, hoch, hoch, hoch. Hier? Hier klettern, oder was? Ja, ja, ja. Guck mal, wie er da rumläuft. Ist so, hau mal ab, Barry Butcher. Lass uns in Ruhe. Ist so, der soll mal weggehen. So, weg da hier, Kollege. Ich weiß nicht. Nee, der sucht uns, glaub ich, grad, ne? Du hast recht gehört. Raus hier, raus hier, raus hier. Ich dachte, wo müssen wir hin? Das hab ich gar nicht gesehen. Okay, sehr gut. Wo sind wir jetzt? Oh nein. Warte mal. Ventilatoren. Nein. Oh nein, Laser. Oh oh. Oh nein. Und nicht schon wieder Laser. Ich bitte nicht wieder das letzte Mal. Bitte nicht. Oh Gott, ausweichen, ausweichen. Bist du schon oben rüber? Ja. Ja, 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 ja. Und ich bin auf der Plattform. Ja. Sehr schön. Hä? Du wirst durch die Angst bekommen. Wo bin ich denn? Wo bist du? Hä? Ich bin wieder ganz unten. Was soll das denn? Ich hab gar nichts berührt. Was soll das denn? Sag mal. Da kommst du. Komm ey. Auf der Icke. Oh. Ah. 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 Und geschafft. Alter, das war ganz schön verrückt da unten. Optimal. Guck mal, da springt ihr einfach so vorne. Das springt einfach. Guck dir das an. Wo kommen wir da raus? Geht hier ab. Riechst du das? Das riecht hier ein bisschen nach, wie nach Würstchen. Nach Wurst. Oh, das sind auch Würstchen. Wow. Alter. Wow. Alter. Ey, ich bin drauf gegangen. Ab geht's. Alter. Sehr schön. Und hier rüber. Was geht ab? Okay. Pass auf hier, da musst du stimmig spät abspringen. Nein. Ja. Ob du das hinbekommst, weiß ich nicht. Ah. Nein. Du musst ganz weit rechts rüber. Bist du auch ran? Da bist du. Ich hab's nicht geschafft. Ich dachte, man muss halt auf diese Plattform back springen. Ja, guck mal. Jetzt hier, wie ich auch durchkomme. Zack. Zack. Du kriegst mich nicht mehr eingeholt. Ja, eingeholt krieg ich vielleicht nicht. Du lame Kröte, du Schnecke. Ich werd's auch schaffen hier. Der Meat Grinder. Okay. Sehr schön. Komm, ab geht's zum Fleischwolf. Oh mein Gott. Mal gucken, ob wir da irgendwas... Oh mein Gott. Was ist denn das hier? Was? Da ist eine Hand. Da war irgendwie so ein Toilette oder so. Alter. Wow. Pass auf, da ist Lava unten. Lol, das wird gebraten und gleichzeitig klein gemacht, oder was? Hilfe. Ah. Hilfe. Wo ist der gar nicht? Doch, man muss springen. Was machst du? Ich dachte, man muss... Ey, ich musste mal die ganze Zeit nicht springen bei denen. Oh nein, hier kommen irgendwelche Hände jetzt gerade, ne? Ja, ja, ja. Das ist ganz gruselig. Hau bloß ab, ihr blöden Hände. Lass uns alle in Ruhe, bitte. Okay, wir haben's geschafft. Wo kommen wir jetzt hin? Da unten ist der Meat Grinder. Oh mein Gott. Hast du's überlebt? Voll schwer, das ist voll schwer, aua. Das war schwerer, als es aussah, ja? Du musst halt nämlich aufpassen, dass man... Ah. Hier ganz vorsichtig ist. Wuppi. Und hier? Wo bist du? Da bist du. Hier komme ich. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kommst du? Ja, du kommst, ne? Oh. Alles gut. Okay, lass dir schön leidlaufen auf den Rohren. Ja, ja, aufpassen. Wo kommen wir jetzt raus? Geht's hier runter? Müssen wir rutschen? Warte mal, nicht rutschen. Nicht rutschen, nein, oh mein Gott. Oh, was? Oh mein Gott. Mir ist ganz schwindelig. Oh, ich lieg hier auf dem Rücken. Oh nein, oh nein. Wo sind wir denn jetzt bitte schon gerade? Wir sind echt in der Kanalisation ins Grat. Wir sind echt in der Kanalisation ins Grat, ne? Guck mal was labern alles. Oh mein Gott, voll heiß hier, Alter. Im Lodern. Oh, das Rohr ist auch ganz heiß. Und da ist ein Knopf. Was bringt der? Da müssen wir drücken, um was auszumachen, oder? So, doch, ich glaub schon. Da ist nämlich noch einer. Oder? Müssen wir den drücken? Und da machen wir bestimmt das Rohr zu. Ah, okay. Das wird Sinn machen, wenn das so ist, ja. Guck mal, hier ist doch Opa aufgespießt. Oh nein. Oh Gott. Oh mein Gott, das Linke. Das Linke, das Linke. Oh mein Gott, das ist einfach ein Fake-Rohr. Hey, ich wäre da fast draufgesprungen, ne? Schell von Dachlitz runter. Ich wäre da fast. Oh nein. Was ist das für ein Schädel da oben? Was, Mr. Pickles? Oh nein. Ah, wo ist der? Da ist der Lauf. Da ist die, da ist doch die Dinger. Schnell. Die Basuka. Die Basuka, ne, ja. Oh mein Gott. Okay. Mr. Pickles, bitte hier. Das ist die, die Fleischkanone 3000. Ja, los. Oh mein Gott, wenn wir aufsweichen. Der ist voll schlecht, Alter. Der ist richtig schlecht. Hey, der kommt ja gar nicht da hoch. Das war es ja gleich schon mit dem. Der kommt ja gar nicht da hoch. Oder, kommt er hoch? Ja, was willst du, du Gewürzgurke? Bam. Bei mir ist er schon fast, aber die auch. Ich auch bei mir. Wow. Oh, mehr ist umgekippt. Der ist explodiert, Alter. Oha, du hast recht. Oh, warte mal. Da geht's weiter. Das war nur so ein kleiner Zwischenstopp hier. Ein kleiner Zwischenstopp. Ey, guck mal, wie hoch das hier ist. Hä? Wie ist das? Alter, wie hoch ist das? Oha. Nicht, 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 nicht. Was hast du hier? Oha, was ist das für eine große Höhe? Alter, war das knapp gerade. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Okay, alles gut. Und weiter. Oh, laufen. Ja, okay, habe ich. Ja, okay, habe ich. Ja, okay, habe ich. Ja, okay, habe ich. Boom, boom. Und? Hier ist, glaube ich. Oh, nein. Oh, mein Gott, die Kugel. Hä? Was ist los? Was ist los? Wie du da draufgegangen bist? Hä, ich bin nicht draufgegangen. Hä? Hä, bei mir bist du draufgegangen? Was? Nein, doch. Bin ich draufgegangen? Oh, jetzt bin ich draufgegangen. Jetzt bist du draufgegangen. Oh, Gott. Au, au. Okay, jetzt musst du vorne gehen. Nein, ich laufe ja gerade noch weiter. Ja, aber mir bist du auch draufgegangen. Oh, verfaxen. Oh, Bro, ich gehe direkt raus. Rauf, Mann. Okay, warte jetzt hier. Hier zum Ausgang. Ich muss zum Ausgang schaffen. Schnell. Oh, Gott. Ich muss vor die Kugel kommen. Alter, das war gerade so knapp, ne? Das ist voll schwierig. Schön. Oh, nach oben. Geht es jetzt hier raus? Mit dem Fahrstuhl. Oh, mein Gott. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Sag mal. Yo, was geht ab? Wir sind im Moment. Wow. Ich sehe dich aber immer noch nicht. Ey, du musst draufgehen. Du musst einmal draufgehen, glaube ich. Ah, ich bin draufgegangen. Ich sehe dich. Wo bist du? Nein, wir sehen uns nicht. Du bist jetzt ein Geist. Du bist jetzt ein Geist, Kaspar. Wow. Mal gucken, wie das als erster schaut als Geist hier. Okay, ich sehe ja nicht, wie weit du bist. Ich bin jetzt schon im Lüftungsschacht hier drin. Du auch? Ey, du bist schon durch, da bei den Spikes. Ich bin doch gerade bei den Spikes. Ich gehe die ganze Zeit drauf, weil ich zu schlecht spiele. Tja, ich bin jetzt hier im Lüftungsschacht drin. Au, schon wieder draufgegangen. Sag mal. Ah. Schon wieder. Du wartest jetzt mal auf mich, sag mal. Sag auf. Steinfischen. Qualfischen. Oh Gott. Qualfischen. Ah, mal so beim letzten. Ich bin draufgegangen. Aber ich bin jetzt hier schon im Lüftungsschacht drin. Ich probiere die Spikes nicht drüber. Sehe ich dich jetzt vielleicht? Warum bist du also? Du hast das so unsichtbarkeitselektiv getrunken. Ja, habe ich auch. Ich bin im Lüftungsschacht. Ich auch. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Wie, du siehst mich? Wo? Guck nach hinten. Guck nach hinten. Ich sehe dich nicht. Wo bist du? Echt nicht? Ich sehe dich. Ich bin direkt neben dir. Du bist mal wieder doch unsichtbar. Geistrot. Was? Ein Tausend Augen. Oh nein. Oh nein. Was ist da vorne? Oh nein. Ich sehe dich direkt neben dir. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Nein, Barry Butcher hat mich. Nein, er hat mich. Nein, er hat mich auch. Was? Du warst noch voll das weg? Bitte, bitte. Ich habe die Basuka noch behalten. In den Kühlschrank rein. Ah. Ich bin im Kühlschrank. Ich habe es geschafft. Ich muss rechts rum gehen. Ich muss rechts rum gehen. Ich bin im eiskalten Kühlschrank. Oh mein Gott. Ach, da bist du. Ich sehe dich wieder. Ja. Ich bin neben dir. Wir waren kurz Geister. Endlich. So ist es auch falsch, wie du es gemacht hast. Ah. Ach. Mann. Alter. Wer macht denn ein bisschen? Ihhh. Fleischspällchen. Donuts. 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 Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hier auch. Okay. Das ist auf jeden Fall. Oh Gott. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wild. Oh Gott. Das sind hier wirklich knapp hier. Was sind denn hier überhaupt so große Essensachen? Ich habe aber nie so ein großes Sandwich gesehen. Ich auch nicht. Ich habe auch noch nicht so ein großes Sandwich gesehen. Das ist ja eklig, Alter. Okay, warte. Ich gebe über die Eier, über die Eier weit rüber. Oh Gott. Hier rüber über die Schale. Und hier aber das nächste. Und das habe ich wieder. Hier ist wieder Glas. Okay. Das heißt hier müssen wir jetzt hochkletterern. Ja. Wir müssen hier hochkletterern. Was? Ah. Wir müssen auf dem Eis laufen. Tja. Ich habe es genau gesehen, wie du auf dem Ganzen bist. Oh mein Gott. Ich habe ein Nachzeichen bekommen. Vater Morgana. Ja. Das glaubst du auch nur du. Die Eis Morgana. Nein, ich habe gar nicht gesehen. Eis Morgana. Oh Gott. So lange? Oh, ich habe auch eine Zubekommen. Eis Bucket Challenge. Wo bist du denn? Ja, wahrscheinlich. Nein. Nein, was machst du? Oh, ich bin so glücklich. Ich dachte gerade. Ich bin irgendwie abgerutscht. Das Kaugummi war nicht mehr so klebrig. Man muss auf die Eisdinger springen. Bist du dir sicher? Ja, du musst von Eisdinger auf Eisdinger springen. Ich probiere mal. Ah, Mann. Ich habe probiert so entspannt zu reden, wie es doch geht. Bro, ich bin da eben schon dran draufgegangen bei den Dingern. Okay, komm. Ich gehe jetzt hier nach oben. Was? Was? Hä? Was ist das denn? Schnell, schnell, schnell. Oh mein Gott. Lauf, 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 lauf. Mario-Sicht. Lauf, 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 lauf. Wow, nein, ich wurde erwischt. Oh mein Gott. Ich wurde zerquetscht. Ich will sogar den dritten schaffen können, sehe ich gerade. Was? Die Maschine. So, ui. Muss ich hier einen Knopf drücken, oder was? So, nein, was? Wieso schaffe ich zwei auf einmal nicht? Was denn? Alter, okay. Mal sehen, ob du das Abzeichen bekommen wirst. Also halt findest. Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Was für ein Abzeichen? Ja, du musst so einen bestimmten Weg finden. Wahrscheinlich gibt es irgendein Abzeichen. Ja, hier ist ein geheimer Weg. Du pranks auf Safecall, oder was? Nein, und jetzt raus hier. Geheimer Weg? Das muss ja dann hier sein, oder? Ich bin jetzt schon... Oh mein Gott, ich bin hier aus der Dingens raus. Hier müssen wir so Rohre verlegen. Oh, geheimer Weg? Den hier, oder was? Nein, das war... Da hast du nicht gesehen. Da hast du nicht gesehen. Nein! Wieso, was war das für ein Weg? Das ist... Ein Pranklich. Da war gar nichts. Da war gar nichts. Ich wusste, dass da nichts ist. Aber ich habe schon ein bisschen dran bekommen. Ja, ein bisschen hab ich geglaubt. Jetzt kann ich das... Nein! Oh mein Gott! Ein Mann! Wir haben eine Röhre runtergeworfen! Und jetzt kann ich das nehmen. Du hast meine Röhre gerade runtergeworfen. Was soll das? Du brauchst hier nur ein Rohr, ne? Du brauchst hier nur ein Rohr, ne? Stimmt! Stimmt! Du musst nicht mal zurücklaufen. Hä? Warum warst du jetzt... Achso, du warst hier gerade neben mir. Ha! Wieso warst du gerade neben mir? Du warst gerade neben mir. Bei mir warst du auf meinem Rohr eben. Hä? Du warst auf meinem Rohr. Ich war gar nicht auf deinem Rohr. So, hier rüber. So, und jetzt... Hier müssen wir glaube ich die Laser deaktivieren mit dem Knopf, ne? Ah! Das heißt, wenn ich jetzt hier den Knopf drücke... Ja! Gehen die Laser weg! Ah! Oh mein Gott! Das ist der Weg nach draußen oder was? Ja, ja, guck mal, hörst du das gleich jetzt? Oh! Und weg! Sehr gut! Lass den Wagen gehen. Da müssen wir rein sitzen. Ja, ja, ja. Und? Oh, ich bin drin! Abfahren! Ich auch! Und raus hier! Wir haben es raus geschafft! Wir haben es geschafft, Caspar! Wir sind einfach entkommen von dem bösen... Oh! Ja, guck das an! Was? Ich bin ausgerutscht auf der Banane hier! Ey, Mann! Wieso legt ihr Bananen da drauf? Oh, oh! Das könnte den größten Vollidioten passieren! Pass doch auf! Hier steht doch sogar ein Schild vor sich! Bananenschalen! Oh, das ist glaube ich von ihr oder so eine... Alter, wer ist denn das? Iiiiih! Das ist die Cafeteria-Frau! Die sieht übelst eklig aus! Guck mal! Alter, das ist... Ich bin beschäftigt mal die kürzliche Mystery-Suppe zu bereiten, okay? Ist ja ganz schön eklig! Wir können jetzt hier probieren zu und kommen von der... Und! Wir müssen aus dem Weg 15 Apps finden! 15 Geheime verschieben! Hast du hier im Raum schon einen gefunden? Hast du den auch gefunden, der hier im Raum ist? Ist ja schon einer oder was? Wo denn? Naja, okay, okay! Ich wollte nur testen, hab da auch schon einen gefunden! Hey! Nicht, dass du hier... Ich will heute alle 15 Apps finden! Guck mal, die gucken sogar an! Die sieht voll eklig aus! Ich weiß, die sieht echt eklig aus! Das sieht echt eklig! Mach alles auf! Kühlschränke und alles mögliche! Ja, ja! Stimmt, stimmt, stimmt! Hier kann überall ein Apfel liegen! Hier ist schon der erste Apfel! Oh Gott! Der erste Apfel? Wie, du hast schon einen Apfel gefunden? Ja! Hä? Hier! Also, pass auf! Das ist eine Cafeteriafrau und ich hab mal gehört, die macht auch Maden ins Essen, Also richtig eklig! Richtig! Als ob! Der mag den bitteschön Maden im Essen! Das ist ja total eklig! Sie hat ja auch gesagt, ich mag nur ekliges Essen, deswegen mach ich allen anderen auch nur ekliges, hat sie irgendwann mal gesagt! Ich hab da einfach mal einen Hotdog bestellt, weißt du was? Sie macht einfach ihr Essen so wie sie aussieht! Eklig! Auf dem Hotdog war einfach eine vergammelte Leberwurst! Und hier! Zweiter Apfel, ne? 2 von 15! Ja, 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 ja! Ich guck nur, ob du aufpasst! Also, wenn wir es heute nicht schaffen, ne? Alle Äpfel zu finden! Also, was glaubst du kriegen wir, wenn wir alle 15 Äpfel eingesammelt haben? Locker was richtig, richtig heptiges am Ende! Also, das wollt ihr nicht verpassen! Oder glaubst du, dann werden wir zur Cafeteria-Frau! Oh, nee! Das will ich gar nicht werden! Ich will das sonst! Äh! Oh nein! Keine Kinder in der Küche erlaubt! Die Mystery-Suppe ist noch nicht fertig! Oh Gott, nein! Ähm! Oh nein, da unten ist sie! Nicht runterfallen! Nicht runterfallen! Oh oh! Das ist aber eine geile Banane! Guck mal! Siehst du die? Stimmt! Die ist jetzt auch gerade! Hä? Ich will die einsammeln! Warte mal! Jo! Das zählt als Apfel! Okay, wir müssen also nur... Nein! Die hat mich! Okay, ich hab den Knopf gedrückt! Der mich so gut noch nicht berührt! Die Eklige! Ich bin mal gespannt, ob du jetzt hier... Ja? Ob du was hier jetzt findest! Sag ich mal so viel! Weil hier sind wir auch was! Hashtag! Jo! Ja! Nicht schlecht! Das heißt, es sind kleine... Oh Gott! Warte mal! Das ist nämlich ein Geheimgang! Oh mein Gott, du hast nicht gesehen! Das ist ein Geheimgang! Wir haben zwei verschiedene... Gänge! Oh mein Gott! Da hinten ist irgendwas! Also entweder können wir da abkürzen! Oder... Ist es was Schlechtes? Äh... Wollen wir erstmal den anderen Weg gucken? So, wir abkürzen! Willst du abkürzen? Okay! Au! Ja, da muss man es schon drauf haben, damit das... Ich guck halt den anderen Weg hier! Wow! Das ist... Ja, okay! Das ist aber übel schwer! Aber nicht, dass wir da jetzt einen Apfel liegen gelassen haben! Ja, wir lassen halt auch irgendwas liegen! Deswegen geh ich da jetzt auch hin! Ja, es ist voll schwer! Man muss halt irgendwie so komisch springen, ne? Geh jetzt hier nach oben so! Wo ist das Ding? Ja, 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 ja! Ich hab auch ein bisschen Angst davor! Okay, ich hab's schon geschafft! Ich bin Profi! Ah! Bro, ich schaff's nicht! Wieso kann ich das? Das war so klar, dass du so schlecht bist! Wie hast du's denn gemacht? Wieso schaffst du das so gut? Nein! Oder war da nichts? Nein! Natürlich war da dann ein Apfel! Nein! Natürlich war da ein Apfel! Da war kein Apfel! Was ist da? Sag mir das jetzt! Lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Nein! War kein Apfel! Wie das lohnt sich nicht? Da war kein Apfel! Da war ja ich kein Apfel! Was? Hab ich doch gesagt! Woher soll ich das denn wissen? Weil ich's gesagt hab! Du kannst mir immer vertrauen! Ja, okay! So, hier! Ein fettes Schinkdinger, Alter! Das ist die Suppe, ne? Und das Problem ist, die sieht ja noch ganz lecker aus! Aber die lässt sich einfach vergammeln, ne? Die ist echt lecker, ja? Ehrlich! Ja, ja, ja! Richtig eklig! Das kann sie doch nicht machen! Die kann sich einfach die Suppe vergammeln lassen! Ja doch! Weil die auch selber ganz eklig ist! Bin noch nicht drauf gegangen, ne? Über! Ja, ja! Du bist mal schön! Wobei doch! Die Frau hat dich doch einmal erwischt! Ja! Die hat mich doch einmal zu doll umarmt! Das war's dann auch! Geheimweg! Oh mein Gott! Was? Was? Wir haben viel Spaß da jetzt wegzukommen wieder! Und du bist draufgegangen! Geheimweg! Ja, ist doch nicht schlimm, aber ich dachte, dann gibt's nen Geheimweg! Warte mal! Oh! Verdammt! Verdammt! Kann hier bitte mal ne Pizza vorbeikommen? Nein! Das darf nicht wahr sein! Du, die spawnen gar nicht hier vorne! Komm schon! Ey, was ist das? Pizza! Pizza! Ey, Bro! Das ist doch Veräpplung! Schiebung! Hallo! Hallo! Da, jetzt kommt ne Pizza erst! Okay! Jetzt schaff ich's! Kann jetzt hier bitte mal ne Pizza kommen? Haha! Was ist das? Hier kommt keine Pizza! Wo bleibt jetzt hier mal einer? Oh! Jetzt endlich! Lange kein Apfel mehr gesehen! Ja, ich hab... Wie viel hast du? Ich hab jetzt drei! Und du hast? Äh, ich auch drei! Okay, sehr gut! So! Dann hier über die Boxen rüber! Nee! Ja! Aha! Noch einer! Jetzt hab ich vier! Okay! Ja, ich hab auch vier! So, mal gucken! Die Messer, die hier runter kommen! Aufpassen! Jetzt hab ich sechs! Wie, du hast jetzt sechs? Äpfel! Hä? Du hast nicht sechs Äpfel, oder? Ja, ich hab sechs! Achtung! Vorsichtig! Echt? Ich hab vier! Wieso hast du sechs? Wieso hast du vier? Ja! Wieso hast du sechs, Bro? Wo hast du denn sechs Äpfel jetzt eingesammelt? Ich hab fünf! Fünf hab ich! Warum hast du denn nur vier? Ich hab auch fünf! Ach naaaah! Jaaaah! Nein, ich hab sechs! Du glaubst, eine Veräppelung! Ich hätte auch sechs jetzt! Oh Mann! Oh Mann! Ich hab richtig Hunger, Alter! Aua! Ich auch! Oh Gott! Ey, sag mal, die hoch geht sie die ganze Zeit! Du bist ja richtig schlecht! Nee, ich hab's doch geschafft! Nix los! Ja, besser! Oh mein Gott! Beharrlich sind wir! Ich werde dich diesmal fangen! Oh Gott! Niemals! Die kommt! Pass auf! Die kriegt mich niemals! Aaaaah! Stell dir auf die Röhre drauf hier, Alter! Hast du den Knopf drückt? Ey, jetzt hab ich vergessen den Knopf zu drücken! Haha! Hey, komm schon mal rein! Jaaa! Und jetzt willst du dich locker holen! Oh! Nein, nein, nein! Ich bin Profi! Oh! Profi, weißt du doch! So, hier lang! So, kein Problem! Oh! Sehr gut! Und raus hier! Und raus hier! Zack! So, Checkpoint! Ja! Was ist da oben, hä? Da war nix! Was war da oben? Da war nix! War da ein Apfel? Nein! Ah ah! Kann ich! Ganz sicher! Mann! Dann hast du jetzt auch 7 von 15 Jahre, ne? Ja! Ich hab auch 7 von 15! Okay! Sehr gut! Nein! So! Rüber hier! Uah! So! Acht! Ey! Wieso erwischt ich das? Ja! Wie er acht sagt! Ja! Acht! Hallo! Kann das nicht mal kommen jetzt? Oh mein Gott! Jetzt kommt das Brett! Jetzt kommt das Brett! Uuuuh! Ich dachte hier nur als Tipp, ne? Schön weit hinten stehen! Ha! So! Ja! Und drüber! Ja! Das war ja ganz, ganz easy peasy! War echt übel easy! So! Weiter geht's! Oh mein Gott! Äh! Ah! Da war nix! Hä? Was ist denn das? Da kommen Wände von oben! Es hält da runter alles, Alter! Okay! Ich hab's geschafft! 9 von 15! So! Sehr gut! So! Oh! Pass auf das! Sehr gut! Du hast schon 10 Stück? Okay! Ich hab schon 10 Äpfel! Krass! Maschine! Ja! Ich sag dir! Ich bin der beste Äpfelsammler! Oh Gott! Alter! Das war gar nicht mal so leicht! Okay! Vorsichtig! Ja! Oh Gott! Alter war das los! Okay! Sehr gut! Oh nein! 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 Alter! Ich hab die nicht! Ich hab die auch nicht! Ich hab die nicht! Was denn jetzt? Was denn das? Ey! Was denn das jetzt? Ich wollte die doch einsammeln! Das ist doch so Schiebung! Es geht nicht anders! Ich muss mir ein Jetpack für 250 Robux kaufen! So! Jetpack gekauft! Nicht dein Ernst! Das ist doch nicht dein Ernst! Ja! Es geht nicht! Ah! Was ist das denn? Hey Mann! Oh! Jetzt fehlt uns eine Bandane da hinten! Und dir... Was ist das? 250 Robux! Ich kann nicht wegboxen! Verwende dies, um dir die Möglichkeit zu geben, einen Punch zu versprayen! Warte mal! Kann ich dich damit wegboxen? Für 150 Robux? Wie jetzt? Au! Hör auf du! Wo ist das denn? Ich wollte damit! Hör auf! Oh mein Gott! Wo bist du hin? Wo bist du? Alter ich bin unsichtbar Bro! Ist voll schwer jetzt als unsichtbarer! Wo bist du denn? Ich seh dich! Ah! Darf ich bitte aufhören drauf zu gehen als Geist? Kann ich bitte aufhören als Geist drauf zu gehen? Au! Du hast mich einfach blind... Ey du holst mich... Bro! Kann ich bitte als Geist jetzt mal weggehen? Haha! Hör auf! Hör auf! Hahaha! Wo bist du hin? Ja wo bin ich jetzt? Wie werde ich denn jetzt wieder normal Digga? Hahaha! Werde ich jetzt wieder bitte keinen Geist? Oh mein Geist! Wuhuuu! Da war doch kein Apfel! Das ist weg! Wuhuuu! Jetzt brauchen wir den eh nicht mehr einsammeln, weil wir eins verpasst haben! Ja das stimmt schon! Aber ey kann ich jetzt bitte wieder normal werden? Wo bist du denn? Hahaha! 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 Mein Gott Digga! Nein! Nein! Verdammt! Ja auf! Hahaha! Lass mich! Hahaha! Geh weg! Nein! Ich war doch schon fast drüben! Nix da! Hör mal auf deinem blöden Gewehr da! Alter! Alter! Ich bin nur im Trollen! Alter ja! Jaaa! Du bist aber trotzdem schneller als ich ne? Jaaa! Ich bin echt schneller als ich ne? Ich bin echt schneller als ich weil ich dieses Chat weg habe! Bist du nicht! Oho! Alter war ganz ungeil grad! Heiii! Ey! Wie kann das so sein? Nein! Ey jetzt ist es so ungeil, Digga! Hau rein! Hau rein! Hau rein! Hau rein! Hau rein! Hau rein! Mann ey! Was ist das denn? Ich hatte keinen Treibstoff mehr! Nochmal! Dich mit Bier! Hau rein! Hau rein! Bitte nicht! Hau rein! Oh mein Gott du bist zu sch... Hau! Nein! Nachladen! Jawoll! Ey Digga! Wirklich! Wie kann man so sein? Oh mein Gott das macht so viel Spaß! Herr, der springt ja automatisch die ganze Zeit! Ich drück gar nichts mehr! Du hast dir was geskippt! Nee! Du hast geskippt! Ich bin ein Geist! Ehrlich? Ja! Ja! Checkpoint, danke dafür ne? Danke! ach man alter ja gut okay kein problem dieses mal ist es keinen kommen alter alter was stimmt denn ich auch gott wie eklig die auch aussieht ich bin so schlecht ich bin runtergefallen noch mal noch mal rauf rauf diga jetzt mach keine f... du hast mich schon gekillt oder? hör doch auf da kommt jedes mal wieder die animation oh mein gott hier ist noch ein apfel jetzt kommt schon wieder die animation diga so jetzt aber kommt schon und ich besiegt jetzt auch also diga was soll denn das? hör doch auf! ah ja! was? ja diga! 90 80 70 und boom jawoll endlich hab ich sie mal geholt na besser ist doch... caspar es endlich geschafft leute endlich! na dann willst du noch vor mir da durch, ok zack apfel eingesammelt und rutschen! Äh, Alter. Ah, Hilfe. Ich schaff's. Ich schaff's. Nein. Hä, Mann. Jawohl. Was willst du? Ah. Ja. Nein. Wir sind gefangener, Kaspar. Ich weiß, ich weiß. Es ist ganz, ganz schlimm. Und zwar, weißt du, von wem wir gefangen wurden? Von wem? Von den bösen Gnomen. Als ob. Was? Warte mal. Ich hab einen Weg herausgefunden, um unseren Aufenthalt zu zurückzuführen. Wie wir rauskommen? Arbeite eine Woche lang in den Minen für uns und deine Strafe wird reduziert. Lol. Gnome Grove Mining. Wir betreten jetzt gerade die Minen. Die Minen der Gnome. Oh mein Gott, ich bin sehr gespannt. Willkommen in den Minen. Alter, was? Die Arbeit ist sehr gefährlich. Wenn du 90 Tipps befolgst, erhöht sich deine Überlebenschance. Das heißt, es kann auch sein, dass wir nicht mehr überleben, ne? Was? Ich will aber überleben. Aber wir dürfen uns nicht in den Minen verirren, sagt er. Okay, okay. Was haben wir? Wir haben ein Licht und wir haben eine Spitzhacke. Wir können uns hier noch ein paar Sachen mehr kaufen. Ich gucke mal gerade im Shop. Komm, öffne mal den Shop hier. Fackel. Verfolger. Eine Fackel? Eine Fackel wäre gut, glaube ich, ne? Aber ich kann das alles gar nicht kaufen. Fallenschlüsse, Medikit. Hä, wie kaufe ich das? Wir brauchen dafür... Nein, wir brauchen dafür Dings. Nachtsichtgläser. Das kaufe ich mir hier. Das geht? Das geht? Ja, 100 Robux. Okay, das kaufen wir. 100 Robux? Okay, lieber kaufen, ne? Nicht, dass es nachher zu dunkel ist. Die anderen Sachen muss man mit Dings kaufen. Mit, ähm... Oh, block das Geld. Warte mal, ist das eine Dusche? Ah, okay, ich gehe doch auf jetzt mal duschen, ne? Ich habe keins bekommen. Warte mal. Safety-Tipps. Wenn eine Kreatur entdeckt wird, keine Panik. Ah, du musst noch mal drauf. Du musst noch mal drauf. Versteck dich. Lauf nicht zurück. Okay, warte. Oh Gott. Okay, schnell, schnell. Bist du bereit? Eine Sekunde noch. Ich habe sie mir geholt, aber nichts passiert. Du hast sie, du hast sie, du hast sie aufgesetzt. Ja? Sie hat sie automatisch auf. Ja, du hast sie automatisch auf. Ah, okay. Also da stand gerade... Wir hätten uns die Tipps durchlegen müssen. Guck mal. Die Menschen nehmen unsere Steine. Das stand gerade bei uns und uns verstecken, wenn irgendwas kommt. Stecken? Oh mein Gott. Die Nachtsicht ist übel OP. Das Lichtding? Die Nachtsicht ist ja übel OP. Wieso? Hast du Nachtsicht? Hey, bei mir ist alles hell, bei dir nicht? Alles? Ja. Wenn ich Licht drücke. Da links ist einer. Hier, wir müssen abbauen, wir müssen abbauen. Nein, nein. Wir sind fleißig, wir helfen euch. Der darf dich noch nicht sehen. Was machst du denn da? Ach so. Versteckt hinter irgendwas. Kommt der? Ich baue weiter ab. Versteck dich. Bau doch nicht weiter ab. Ja, wir müssen abhauen, um Geld zu bekommen, um Sachen zu kaufen, um hier rauszukommen, Bro. Okay, du hast recht. Okay, ja. Aber wenn er kommt, dann müssen wir uns verstecken. Ja, 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 genau. Wenn er kommt, dann müssen wir direkt abhauen. Weiter arbeiten. Oh Gott, hier ist glaube ich richtig krass. Hier sind blaue Steine. Oh ja, das sind Diamanten. So, ich habe 110 Dollar schon. Fährst du? Ich habe auch 110. Wir arbeiten zusammen. Ja, ah. Okay, sehr wichtig. So, 230. Sehr gut. Wir können es auch theoretisch aus unserem Spinn verstecken. Wenn es sein muss. Stimmt. Abbauen. Oh, der ist ja richtig schlecht hier, der Stein, den ich habe. Und eine blaue. Oh nee, den habe ich auch gerade. Nein, nein, der hier. Der hat nur 17 Dollar gebracht. Ich meine nur 16. Okay, warte, ich gehe mal hier vorne lang. Ich hoffe, dass... Oh, 22. Das ist unterschiedlich. Das ist unterschiedlich. Da vorne sehe ich ein Gnom. Gott. Pass auf. Das sind ganz viele Gnome sehe ich gerade. Ich weiß, du musst aufpassen. 12 Dollar. Alter, soll das? Was ist das? Wir brauchen uns 750 Dollar insgesamt. Du musst hier richtig viele Steine abbauen mit 12 Dollar. Arbeiten. 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 So, hier, komm, abbauen. Und zack. Da hinten ist ein Gnome mit so... Okay, ich habe jetzt hier gerade alle Steine abgebaut, ne? Und zack. Auch nochmal 20 Dollar. Hier sind noch mehr Gnome und hier sind noch ganz... Schau dir diese großen Kristalle an. Wieso oben? Was meinst du denn oben? Da ist der Gnom. Was machst du denn? Oh, da kommt einer. Ablauf, da kommt einer. Weh, der kommt jetzt her. Ich glaube, der chillt da nur. Okay. So, da oben sind noch mehr... Ich glaube, da oben sind so Kristalle, die wir abbauen können. Aber das sind doch direkt die Gnome, oder nicht? Ja, die können wir abbauen. Ne, ne, hier sind Gnome, aber die stehen irgendwie rum, die sind so bewundert vom Kristall. Die sind irgendwie eingefroren vom Kristall. Okay. Ich weiß auch nicht, wieso. Aber die Kristalle nicht berühren, da sind auch Skelette daneben mit einer Spitzhacke. Das heißt, irgendwelche Leute haben schon versucht, den abzubauen. Die Gnome sind auf jeden Fall sehr gruselig. Ja, ja, die sind richtig gruselig. Die essen uns auch, habe ich gesehen. Oh Gott. Die essen uns auch? Ja, 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 die essen uns. Oh Gott. Okay, warte, hier sind auf jeden Fall richtig viele Steine hier abbauen können. Alter, was ist denn hier? Hier, hier geht es auch noch weiter rechts. Ja? Ich komme hier gar nicht auf 750. Doch, doch, ich glaube schon, wir müssen auf jeden Fall jeden Stein abbauen. Dann kommen wir auf 57, easy. Ja, da gibt es jetzt zwei Wege. Wir wollen es aufteilen, oder was? Nein, auf gar keinen Fall. Dann gehen die Horrorgeschichten los. Okay, okay. Dann gehen möglichst die Horrorgeschichten los hier. Hä, es fehlt noch was. Wieso was? Wir wollen es hier lang. 10 oder noch, wir wollen uns 57 Dollar. Wir wollen es hier lang. Ja, safe hier lang, oder? Rechts, rechts war... Nein. Das ist aber nichts. Sicher. Ja, vielleicht wären beide Wege unrichtig gewesen. Ich weiß nicht. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr lang. Was ist das denn hier? Hä, ich kann die abbauen. Hä? Was ist das? Ich auch irgendein Stein. Sag ich dir, da kommt jetzt ein Gnome raus, oder so. Oh mein Gott, ich bin mal froh, da kommt irgendwas anderes. Was ist das Ticket nach draußen? 13 Dollar. Ah, hier, nächsten. Komm. Pass da bloß auf da hinten, ne? Wir müssen links, glaube ich, gehen. Links an den Meerstein. Zwei Steine, glaube ich. Ein oder zwei Steine. Ja, ja, ich weiß. Die haben wir gleich, die haben wir gleich. Die links war noch welche. Aber hier, da sind es alle. Die Gnome gleich kommen und uns sehen. Hast recht. Die Gnome, alle. Hier sind Gnome, die wohnen die. Komm, dann kommen wir dann vorbei, dann kommen wir dann vorbei. Hier wohnen die, die Gnomes. Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Okay, warte. Was passiert, wenn wir jetzt genug Geld haben? Was passiert dann? Ich glaube, das ist der erste Arbeitstag um, oder? Ja, der erste Arbeitstag ist um. Tag eins von vier. Oh mein Gott. Okay, sehr gut. Ey, das war jetzt. Das ist ja ein richtig böse Ende, ne? Willkommen zurück. Es wird nur schlimmer, sagt er. Guck mal, ich wollte jetzt ja eigentlich pennen gehen. Können wir uns jetzt im Shop was holen? Ja, wir haben jetzt. Wie viel Geld haben wir? Wo sieht man das? 150 Dollar. Okay, dann hole ich mir mal. Ein schneller, bester Spitzhacker. Erste Spitzhacker. Boah, jetzt kann ich mir die nicht mehr kaufen, Bro. Oh, jetzt bin ich mit Medikit Gold. Ich bin mit Medikit Gold, ab. Egal, egal, egal. Na gut, gehen wir rein in die Mine. Oh, guck mal. Jetzt sind da schon zwei. Das sind ja schon zwei Knoge. Zwei Stück auf einmal. Eben hatten wir nur einen, ne? Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Denk dran, versteck dich, wenn der kommt, ne? Schürf die Quote ab, um dir Freie zu verdienen. Alles klar. Oh, ich hab ein bisschen Angst, ey. Ich hätte mir mal die schnelle Spitzhacker holen sollen. Ich das Leben. Alter, die ist viel besser. Die ist wirklich viel, viel besser. Boah, die ist ja, Bro, in der Zeit, wo du zwei machst oder drei hast, gefühlt, wo mache ich gerade mal einen. Ich weiß nicht, warum du nicht die beste Spitzhacker geholt hast. Das war richtig blöd von mir. Dafür habe ich Medikit, falls wir uns beide healen müssen. Kann ich damit auch healen. Ich hoffe, dass du mich damit healen kannst. Sonst bin ich zu sicher jetzt gerade. Deswegen bau hier schnell ab. Alles schnell abbauen. Das abbauen, das abbauen. Hier vorne auch nochmal. Da werden wir jetzt hier weniger Geld als vorher, oder? Kannst du das hingehen? Ja, ja, haben wir auch. Wir müssen auf jeden Fall... Diese Spitzhacke ist so gut. Die ist richtig gut, die Spitzhacke. Abbauen, abbauen, abbauen. Okay, da vorne sind noch mehr. Sind noch mehr. Ja, geh du mal da lang. Ich habe hier nämlich auch hier hinten auch noch welche gesehen. Die Gnome sind wieder verzaubert. Ja, die sind auch noch ganz klein. Die baue ich auch nochmal alle ab. Oh mein Gott. Ganz komische Geräusche gerade hier, ne? Die bringen doch richtig viele Golde, ne? Sicher? Mal gucken. Gold bringt... 61! Ja, der bringt am meisten. Oh nein. Vielleicht sollten wir auch nur Gold entgegen. Was los? Hier nähert sich, glaube ich, ein Gnom. Oder ist er da irgendwo? Hier nähert sich, glaube ich, ein Gnom. Ja, der Gnom kommt bei mir. Oh Gott, pass auf, pass auf. Achtung. Er kommt zu dir jetzt. Guck mal, guck mal. Guck mal. Er kommt zu dir. Nein. Er kommt zu dir, wo ich herkomme. Nee, da bin ich nicht. Da bin ich nicht. Ich bin ja weitergelaufen. Ehrlich? Also alles ist gut eigentlich, alles ist gut eigentlich. Okay, okay, dann ist gut. Weil er ist gerade in die Richtung gelaufen, wo wir herkamen. Aber es sind jetzt auch zwei. Also diese bessere Spitzhack ist so gut, ne? Das war aber auch schon ordentlich abgebaut hier. Das war so eine gute Investition. Muss ich jedenfalls auch gleich holen. Wir haben schon 600, Bro. Ich weiß. Ich baue ja auch ab hier wie ein Verrückter. Hallo, du sollst arbeiten. Oh mein Gott, der Gnom ist gerade vorbeigelaufen. Direkt an mir. Nein, er kommt. Er kommt. Er kommt zu mir. Lauf, ich baue weiter ab, bis der Tag schon um ist. Ich baue weiter ab. Okay. Jetzt sieht keiner in der Nähe. Hat er nicht? Nicht drauf gehen jetzt. Sonst sind 20 Dollar oder so. Nein, schnell. Du musst abbauchen. Irgendwas ist hinter mir. Ich baue ab. Ich baue ab. Alter. Es geht schnell. Hier war eine Schlacht. Ich baue jetzt einen Goldenen ab. Ich gehe in den Spinn. Geht das? Nee, gehe nicht rein. Lauf. Ich bin im Spinn. Jetzt, 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 jetzt. Oh mein Gott. Auf die ganze Zeit kam gerade der Gnom. Alter. Jetzt hol dir die bessere Spitzhacke, ey. Jetzt kommen gleich drei Gnom, oder? Das ist schon bewusst, oder? Gut, ich füge die Nacht aus. Okay. Ey, was machen wir denn hier? Oh mein Gott. Wir sind in einer Käsefabrik gefangen, Brock. So, guck mal. Nein. Als ob, wenn wir jetzt hier zu Käse gemacht, oder was? Ja, ich hoffe mal nicht. Aber guck mal, hier vorne liegt so ein Käsestück. Und da steht ein 30. Drück da mal drauf auf den Käse drauf. Ja. Und da kannst du nämlich drauf drücken. Und dann kann man hier irgendwie weitergehen oder sowas. Drück da mal ein paar Mal drauf. Was? Oder wie soll ich machen? Wir müssen halt so Rätsel lösen. Immer Step by Step sozusagen. Schön langsam. Also. Ich drücke hier mal ein paar Mal drauf. Guck mal, jetzt siehst du das? Ja. Wie das runtergeht, ich drück drauf, ich drück drauf und. Wow, es ist offen. Oh mein Gott, jetzt ist hier so ein Käseweg offen. Und wo wollen wir jetzt lang? Ey, aber ich frag mich, wir können doch geradeaus gehen, ne? Hä? Safe zone? Okay, jetzt sind wir draußen. Oh nein, Kassler, pass auf. Oh nein. Hier ist bestimmt irgendwie so eine Maus oder sowas, die einen Käse schützen möchte. Oh Gott, stell dir das mal vor. Ich hör sie. Oh mein Gott. Hä? Ist echt eine Maus? Ich hör sie. Hier ist was, hier ist ein Stück Käse. Ich hab eins. Eins, zwei, zwei, neun. Ja, sehr gut. Wir müssen alle neun Teile finden. Oh nein, das ist wie Slenderman. Lauf! Die Maus! Der hat mich auch nicht schnell. Das hab ich nicht geholt. Oh mein Gott, ist die schnell. Alter. Wieso ist die so schnell? Okay, warte. Oh mein Gott, ich hab einen Schlüssel. Oh mein Gott, ich bin gesaved. Warte, ich komm. Oh mein Gott. Wie, du konntest immer durchgehen. Oh mein Gott, ich hab einen Brüttel gefunden. Ich bin hier weitergelaufen gerade. Als ob. Jetzt bin ich eine Etage höher. Wo geht's denn jetzt hier? Ah, die ist schon wieder auf. Warte, aber mir. Lauf! Oh, die ist direkt hinter mir. Wie willst du die dann loswerden? Okay, okay. Du musst mal schnell laufen. Schnell, du laufen. Ich bin durch so einen Geheimweg gegangen. Okay, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Hier brauchen wir einen roten Schlüssel. Hast du einen roten Schlüssel? Ne, ich hab einen grünen. Aber ich komm jetzt mal wieder rein ins Spielfeld. So, ich bin wieder drin. Oh, da liegt doch ein Stück Käse. Wo bist du denn? Boah, die verfolgt einen ja richtig heftig. Ich sag's dir, richtig, richtig krass. Warte mal, hier ist der Geheimweg. Hier, roter Schlüssel. Wo bist du? Du musst hier mal hier sein. Warte, ich komm zu dir. Okay, okay. Die läuft hier immer noch rum irgendwo. Die ist hier jetzt auf einmal hinter mir. Oh Gott, die Ecke. Wie, wo bist du denn hier? Du bist jetzt weggelaufen, ne? Ich bin mal im roten Schloss. Ich bin mal im roten Schloss. Wo bist du? Verdammt, ich bin ja wieder bei dem Käse. Okay, warte, ich komm zurück. Komm mal zum roten Schloss. Da treffen wir uns. Ich hab den grünen Schlüssel. Komm schnell, komm schnell. Okay, mach auf, mach auf. Guck mal, ich hab hier. Ich hab den roten Schlüssel nicht. Ich hab nur den grünen. Ich dachte, du hast den roten. Nein, komm mit. Ich weiß nicht, wo das grüne Schloss ist. Komm mit, hier mit. Hier lang, hier lang. Okay. Hier lang. Okay, ich bin direkt hinter dir. Hier ist doch ein Stück Käse. Hast du das schon? Oh, das hab ich noch nicht. Guck mal, vier von neun steht hier. Leute, wir können dann, komm dann weiter, wenn wir alle neun Stücke haben. Ah, dann kommen wir aus diesem Käsefabrik-Labyrinth-Dings raus. Ja, irgendwie da rein oder sowas. Aber hier muss ja irgendwo der Weg sein fürs grüne Schloss. Eigentlich schon, ne? Hast du hier den Käse? Ja, den hast du wahrscheinlich schon, ne? Ja, wer wird noch hier durchgehen können? Genau, hier. Okay, gut zu wissen. Ja, wir gucken mal, wir gucken mal. Also hier sind auf jeden Fall ganz viele verschiedene. Hier das rote Schloss, das kennen wir schon. Wir sind einfach im Kreis gelaufen. Bist du bei mir? Wo bist du? Ja, ja, ich bin hier, okay. Okay, okay. Ich glaub, wir müssen in die Richtung, genau wo du dir raten hinkriegst. Glaub ich auch, glaub ich auch. Weil da hinten in die Richtung hab ich auf jeden Fall... Oh Gott, pass auf, die Ratte auf, ne? Die ist hier irgendwo. Wir müssen hier oben lang. Wir müssen hier oben lang. Wir müssen rechts lang, wir waren noch nicht rechts. Ja doch, rechts kommen wir gerade her mit dem roten Schlüssel, oder nicht? Ach so, okay. Aber hier sind wir doch am Anfang genau. Oder hier hinten? Ja, da hinten, da hinten, da hinten. Ich glaube nämlich, da hinten müssen wir... Oh! Lauf! Lauf, Kappa! Die Graben, die Graben, die Graben! Lauf! Wie ist der hinter dir? Käse! Käse! Brüder Schlüssel! Nein! Ich hab den, ich hab den, ich hab den, ich hab den, alles gut. Jetzt können wir halt hier hochkommen, aber guck mal. Hier oben in diesem Raum, ist einfach... Da brauchen wir hier hinten den blauen Schlüssel, hier ist noch ein Stück Käse, das kannst du noch einstabeln. Oh, das nehm ich mit, okay, warum... Ah, den blauen. Hier brauchen wir den blauen, aber ich weiß nicht genau, wo der sein könnte. Warte, wir können doch auch hier nochmal rechts gehen, oder nicht? Wir konnten noch ein Tier... Ja, da bin ich auch lang und da bin ich wieder runtergefallen, vielleicht kann man da auch rüberspringen. Pass auf, hier ist das so ein Loch, vielleicht kann man da rüber? Da kann man rüber, oder? Ja, ich weiß nicht, ob wir da rüber können. Wir müssen die Tür, guck mal, da ist so ein schwarzes Stromkabel. Wir müssen dann den Weg rüber, äh, so freischalten. Also rüberspringen schaffen wir überhaupt nicht. Ah, nee, das geht nicht. Aber guck mal, siehst du hier oben das Stromkabel, da oben links das schwarze? Stimmt, ja, ja, verfolgt das. Hier, grün! Wow! Oh mein Gott, direkt aufgemacht. Nein, ich brauche auch einen. Oh nein, echt jetzt? Ey, was denn das? Da musst du kurz wieder zurück, wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich denn jetzt? Wo soll ich denn jetzt hier den grünen Schlüssel finden? Du musst halt wieder zurück zu diesem Eingang, zur Safe Zone und von da aus dann direkt links halten. Ey, jetzt muss ich nicht horch. Nein. Ja, ich warte hier auf dich. Nein. Nein! Lauf! Lauf! Die Ratte! Nein, du sollst nicht enden. Nein, wirklich nicht. Ey, Manu, jetzt habe ich keinen grünen Schlüssel, weil die so schnell war, die Ratte. Ja, Mann, ich würde die halt auch gerne droppen irgendwie, aber ich weiß halt auch nicht, wie. Mann, okay, ich muss erst mal... Oh, oh. Die ist jetzt hier irgendwo. Ich laufe jetzt hier gerade schon mal ein bisschen. Vielleicht in Sicherheit. Oh, ist sie hinter mir? Hier ist die Safe Zone. Ich glaube, ich muss... Okay, dann weiß ich, wo ich langlaufen muss. Okay, sei gut. Oh! Lauf den Weg. Hol dir den grünen Schlüssel da jetzt. Oh! Hast du ihn? Die läuft hier rum. Ne, warte, ich habe den jetzt fast. Ich bin jetzt hier beim... Ja, ich habe ihn. Und dann geh hoch und dann springen hinten runter und dann verfolgt das Stromkabel. Genau, genau. Ich komme jetzt, ich komme jetzt, Kasper. Hier ist auch noch so eine andere bei mir. Ja, hier ist so ein Raum, das irgendwie so einen vierstelligen Code soll man da eingeben. Okay, ich fahre. Oh, die Rante ist hier! Los! Oh, aber rauf! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, mal, hast du... Alter! So, ich bin jetzt hier in den Raum gegangen. Ich auch, ich auch. Ich glaube, wir müssen... Der Code ist, glaube ich, 2483. Bei dir auch? Äh, 2483, ja. Ne, ist falsch, ist falsch. Dann ist es vielleicht 3842. 3842. Das ist so eine Knobel... Ja! Ist der richtige Weg, ist der richtige Code. 3842 war es. Da bist du! 3842. Komm her, komm her, komm her. Ja, das Tor geht auf. Okay. Sehr gut, das ist jetzt in der Ego-Perspektive, ne? Ja, du bist voll langsam. Noch ein Käse-Stock. Ja, du auch. Sehr wichtig. Wo siehst du das? Ne, das ist eine Lampe. Achso. Das sah aus wie ein Käse-Stück. Ich glaube nicht, dass die Ratten hier irgendwo auftauchen. Boah, die wird hier locker, dass ich irgendwo auftauchen. Schön den Lampen folgen. Guck nicht ins... Geh nicht ins Dunkle rein, ne? Nein. Schönst du den Lampen. Da, da kann man hochgehen. Oh! Oh, hä? Geh nicht mehr hochgehen. Die hat gehört vor uns. Wollen wir hier kurz hoch? Oh mein Gott. Ich höre eine Ratte. Die läuft hier oben hoch. Ja, ich höre die auch. Die ist hier ganz nah. Die ist ganz, ganz nah. Wir müssen hier oben hoch. Aber was genau ist hier oben? Das ist gerade ein Stück Käse, ne? Hä? Hier oben ist gar nichts. Das ist doch nur so, um sich zu verstecken. Ach, lol. Du hast recht. Okay, ich gehe mal wieder weiter. Ich gehe weiter. Ich gehe auch... Da. Ne, das sieht immer aus wie Käse. Das sind aber Lampen. Da bist du blind. Das sind Lampen, Mensch. Keine Ahnung. Oh. Was ist das? Käse. Ich habe es doch gesagt. Ja, stimmt. Da hinten. Der rote. Der rote Schüße. Ja, die brauchen wir. Oh mein Gott, wichtig. Und Käse. Okay, roten mitnehmen und Käse. Hä? Lol. Hey, jetzt sind wir hier. Wie sollen wir... Warte mal, wie sollen wir denn jetzt hier... Oh nein. Da ist der blaue Schlüssel, ne? Oh mein Gott, ich bin runtergefallen. Komm, auch mal runter. Hier, komm. Ja. Ich glaube, wir müssen hier lang. Wir müssen jetzt zum roten. Irgendwo hier war das, ne? Oh. Das war doch... Ich höre es. Hier lang. Lauf. Lauf. Ich glaube, wir sind die auf einem guten Weg. Es ist hier wieder grün. Es ist hier wieder grün, glaube ich. Ja, kann auch sein. Jetzt müssen wir eigentlich gleich zum roten gehen können. Geht auch einfach runterspringen da irgendwo, ne? Hier lang. Ja. Der blaue war ja auch hier in dem Raum, ne? Der blaue war halt gegenüber von uns. Ja, genau. Stimmt. Aber... Okay, komm. Wir gehen mal hier rüber. Und... Jetzt müssen wir der Rote eigentlich hier... Nein, der müsste recht sein. Oh Gott. Hier. Oder? Hier bei mir, oder? Ja, hier ist die Ratte. Oh, ich... Rückzug, rückzug. Warte mal. Aber hier ist was. Hier ist eine Tür. Und zwar die... Ich sehe es nicht genau welche. Wir müssen, glaube ich... Da ist die Grüne. Da ist die Grüne. Da ist die Grüne. Da, wo du bist, ist die Ratte jetzt gleich, ne? Da kommt die gleich. Ja. Aber da müssen wir lang. Da müssen wir lang. Es gibt Seiten, die wir lang müssen. Ja, hier durch. Ja. Ja, sehr gut. Okay, mach auf. Aufgemacht. Ja, wir müssen das Holzbrett. Das brauchen wir für diesen blauen Schlüssel, glaube ich. Aber wie kommen... Warte mal. Wir müssen jetzt, glaube ich... Ich glaube, wir müssen beim Grünen hoch und dann rüber gehen. Ich glaube, wir müssen beim Grünen hoch oder wieder durch die Grüne Tür. Aber wie kommen wir jetzt hier raus? Hä? Hä? Die läuft hier gegen die Tür, die Ratte? Man kommt gar nicht raus. Oh oh. Pass auf, pass auf. Die hängt da irgendwie fest, die Ratte oder sowas. Oh mein Gott, die ist direkt vor uns, oder? Oder? Warte, du musst den Schlüssel. Ja. Ah, okay. Ah, so, okay. Lauf, oder? Nee, da ist sie, da ist sie. Nee, da kommt sie jetzt. Hier lang, hier lang, komm. Und jetzt hier eigentlich... Wo bist du? Wo bist du? Ja, ich glaube, hier lang. Ah! Wo hast du dich was bekommen? Wo bist du da? Lauf einfach, lauf einfach. Ich bin hier geradeaus rüber. Wo bist du? Okay, rechts. Ah, hier hab ich gesehen. Ich hab 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 gesehen. Ja, hier, 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 okay, okay. Wie kommen wir dann aber jetzt rüber? Können wir jetzt hier runter springen? Ja. Und jetzt müssen wir grüner Schlüssel hier durch. Ah, lol. Du hast recht. Ah, schon, dass wir das nochmal machen. So ist es, ne? Und dann müssen wir wieder in den Raum reingehen. Ah. Und jetzt sind wir nämlich hier. Und jetzt können wir nämlich hier wieder durchziehen. Ah, lol. Du hast recht. Und jetzt müssen wir einfach... Hä? Aber hier ist so eine Obby. Siehst du das? Ja. Geht's da vielleicht dann hin? Ich kann's mir vorstellen. Das könnte ich mir auch denken, ne? Mann, ich bin zu schlecht. Der springt vollkommen. Ich bin irgendwie voll schwer gerade. Ja, ich auch. Ich bin nicht richtig dick. So. Und hier rauf. Sag mal, ich springe hier nur vorbei. Ich glaub's nicht, ne? Ach, der war im Letzten. Oh, nein. Hier rauf, hier rauf. Aber da oben ist irgendwas. Da oben ist, glaube ich, schon Käse. Ja, da oben ist schon Käse. Mehr ist da nicht. Aber das brauchen wir anschein. Ja, aber wir müssen doch hier irgendwo den Weg finden, wie wir wieder rüberkommen. So, sehr gut. Dann hier rüber. Und... Oh. Oh. Wow. Hast du geschafft? Okay, ich hab's. Ich hab's. Ich nehm mir das Stück Käse mit hier. Hier ist so ein Ausgang. Hä? Hier oben ist nur ein Stück Käse. Hier ist sonst gar nichts. Ja, genau. Hier ist nur ein Stück Käse. Aber das brauchen wir, um zu entkommen. Okay. Dann wieder runter und dann zum Ausgang, oder was? Oder hier. Was ist das für ein Tor? Gute Frage. Das geht wahrscheinlich zum Entkommen oder so später. Okay, wir müssen hier, glaube ich, wieder durch, ne? Ja, hier, hier, hier. Das Brett. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt haben wir den blauen Schlüssel. Oh, der ist ganz wichtig, Kaspar. Und jetzt müssen wir zum Grünen, ne? Jetzt müssen wir, äh... Grün zurück. Sicher? Ja, ja, safe, safe. Ich weiß auch den Weg. Komm, hier lang. Okay, dann Abfahrt. Lauf. Und marschier mit dem blauen Schlüssel. Ich glaube, wir müssen nämlich bei dem Grün... Lauf! Die hat das hier irgendwo close. Nein! Warte mal. Oh. Warte mal. Wo müssen wir jetzt lang? Ich bin falsch. Wir müssen doch hier rechts lang. Oh! Ja, ich bin doch rechts. Lauf! Lauf! Oh Gott. Hier, lauf. Lauf so lang. Okay, okay. Ich hab's hier. Nein, ich hör sie. Ach, nur, sie kommt da jetzt. Die dreht um, die dreht um. Da ist sie! Ah! Oh mein Gott, lauf! Oh mein Gott, ich bin gerade durchgequetscht. Oh Gott, ich auch, ich auch, ich auch. So, jetzt aber, jetzt kommen, jetzt schaffen wir es, Herr Bodo, oder was? Sehr lang. Ah, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Schaffst du es? Ah! Läufst du nach oben? Nein, Mann, ey, jetzt bin ich falsch ge... Oh, doch nicht. Warte. Ich bin richtig, ich bin richtig. Soll ich auf dich warten? Bist du beim Grünen jetzt, oder wo bist du? Ja, bin ich beim Grünen. Ich bin recht an den Leitern. Ich lauf schon mal entgegen. Ja! Okay, ich bin jetzt auch da. Und jetzt müssen wir nach oben, ne? Okay, jetzt müssen wir nach oben. Und da oben in diesem einen Raum ist die blaue Tür. Ja, mal gucken, ich frage mich jetzt echt, was dahinter ist, ne? Na, schauen, was könnte sich in der blauen Tür verstecken? Ja, wahrscheinlich noch ein Stück Käse, glaube ich, ne? Wir machen mal auf und... Und? Jetzt geht es hier noch weiter, guck mal. Käse. Und wir können den Strom aktivieren, 30 Sekunden ist der offen. Okay, los! Lauf! Das ist für eine Tür oder so, guck mal hier lang. Ja. Nein. Ne, das ist noch weiter, noch weiter. Oh, lauf hier rechts. Ja, hier lang. Oh Gott, hier lang? Hier jetzt, oder was? Ja, hier lang, hier lang. Ja. Ja, das sieht gut aus. Ja. Oben, Stromkabel, Stromkabel, hier noch ein Stück Käse, ja! Schnell, eins, schnell zurück. Noch zurück, zurück, zurück. Es geht noch weiter, oder? Wo brauchen wir jetzt denn? Wo kriegen wir jetzt das letzte Stück Käse her? Ja, gute Frage. Safe Zone? Ja. Es liegt hier. Ne, extra neben. Ich dachte gerade schon. Hä? Wo kriegen wir jetzt das letzte Stück Käse her? Gute Frage. Müssen wir hier irgendwo noch hin? Hier vielleicht? Ne. Ist doch noch Käse. Oder hier vorne, guck mal, hier geht's raus. Ähm, irgendwo liegt noch eins. Da war ja noch dieser Raum. Wollen wir noch mal in den grünen, mit dem grünen Schlüssel, äh, mit dem roten Mann, nicht durch das Tor durchgehen? Ja. Das ist der Raum, den wir da gefunden haben. Oder ist da noch irgendwas? Oh, Kass, komm her! Oh, ich bin in der Sackgasse! Ich hab das Käse Stück. Du hast es? Okay, warte, ich hol's auch. Aber ich bin eingeklackt! Nein! Nein, sie kommt! Ich bin gefangen! Oh mein Gott! Traufe mich! Ich bin ausgewichen! Ich bin ausgewichen! Alle gewesen, oh mein Gott! Ich bin in der Safe Zone! Wo bist du? Äh, ja, warte mal, warte mal, ich bin hier gefangen mitten... Ich hab das letzte Käse Stück gefunden! Ja, sehr gut, ich brauch's auch noch! Das ist rechts einfach. Da bei dem, äh, Tor, einfach um die Ecke noch. Warte mal, ich muss doch kurz neu spawnen. Wo ist das letzte Käse Stück jetzt? Zeig mal her, hier. Wo bist du? Bist du hier in der Safe Zone? Ich bin am spawnen. Ich war da irgendwie eingefangen, hinter dieser komischen Tür. Ja, keine Ahnung, was da war. Das ist voll leicht. Guck mal, das war einfach nur... Hier. Ah, okay. Ja. Und jetzt? Und jetzt war das, äh... Ne, das war doch hier eben schon, oder nicht? Hier rein? Ja, warte, wo bist du denn jetzt hin? Ja, ich hab's! Sehr gut. Und ja! Neun vor neun! Oh, sie ist da, Ratte! Ach nee, lauf! Nein, Sackgasse! Sie ist hinter dir her! Ja, sie ist hinter mir her! Ich lauf zu dieser Tür, ich raub... Ja, lauf zu der Tür, wir treffen uns da, wir treffen uns da, okay? Ja, Kaspar, ja! Ja! Okay, und durch, ihr Krapen! Der ist jetzt... Der... Jetzt! Was ist jetzt los? Hey! Hey? Was? Ah? Hä? Wir haben's geschafft, Proxo! Wir haben alle Käse-Stücke gefunden! Ja! Wow! Hey, Kaspar! Was machst du da? Ich bin doch dein Chef! Ich bin doch jetzt dein Chef! Oh, oh, ey! Ey, seid von Deutschland! Ich bin doch hier im Chefsessen und du, mein Junge, bekommst erstmal ne Gehaltskürzung! Ey! Du bekommst weniger Geld ab morgen, hast du verstanden? Auf gar keinen Fall! Für die gleiche Arbeit weniger Geld! Weißt du was? Weißt du was? Das lass ich mir nicht gefallen! Das lass ich... Hey! Ich kündige! Lass mal unnüberseltschlüssel da liegen! Hey, was willst du denn kündigen? Oh nein! Stehbleiben! Oh oh! Stehbleiben! Oh, das ist... Oh nein, das ist gar nicht gut! Dich schnapp ich mir! Ich hab jetzt gerade gecheckt, dass du ein Manager bist und der eigentliche Boss ist hier! Kaspar, schnell! Ich bin nur der... Oh mein Gott! Der... Mein Boss! Oh Gott, das ist doch mein Boss! Dein Boss ist auf dich, weil du mich kündigen wolltest! Oh Gott, du hast recht! Ich war der beste Arbeiter! Ich wollte ihn nicht kündigen! Ich wollte ihn nicht kündigen! Ich war der beste Arbeiter! Oh Gott, der ist ja schnell, Alter! Was will der? Oh Gott! Alter, der ist richtig schnell! Warum ist der so schnell? Komm schon ab zum Aufzug! Oh Gott, ich hoffe, ich schaff's! Ich hoffe, ich schaff's! Ich seh den Schatten schon hinter mir! Oh mein Gott! Wer hat mich gleich! Oh, wo bist du? Der ist fast in den Aufzug gesprungen! Ich bin in den Aufzug drin! Ich seh's! In welches Jogler bist du gefahren? Ich komm hinterher! Okay, ins 20. Komm nach oben! Ja, okay, sehr gut! Oha! Oha! Das wurde... Okay, vielleicht sollte ich dir doch eine Gehaltserhöhung geben und nicht... Ja! Bist du, Alter! Sollst du mal lieber tun! So! Au! Du musst dich mal berühren, dann hör mal voratmen! Na ja, na ja! Guck mal, solltest du was zeigen? Au! Äh! Äh! Soll ich dir mal was krasses zeigen? Soll ich dir mal was richtig was zeigen? Guck mal, hier siehst du das? Ich kann da einfach durchgehen, ne? Willst du mal sehen? Das schaffst du eh nicht! Ah! Höh? Ahaha! Ah! Hättest du nicht gelassen, dass ich da einfach durchgehen kann, ne? Man muss halt nur die Technik! Die Technik! Okay, pass auf! Wir müssen hier weiter weggehen! An den Leihstift vorbei! Ey, du hast ja immer... Hast du noch einen Schlüssel? Ne, wieso? Du hast bei mir noch einen Universalschlüssel in der Hand! Okay! Ja, vielleicht nutze ich den ja auch noch, wenn du mich hier nochmal feuern willst! Ja, Alter, wir können auch... Ich kann das Ganze auch schnell anders aussehen lassen, ne? Da kriegst du mal ganz schnell eine geile Zwürzung! Ich kann das auch anders aussehen lassen! Kein Problem, Kollege! Oh nein! Oh nein! Sag es bloß nicht! Nein! Nein! Da ist der Boss! Hey, komm zurück, sagt er! Oh Gott, nein! Oh nein! Kasper! Angst vor dem Lauf! Komm weg! Er kommt! Ich glaube, er... Oh Gott! Ah! Oh! Oh mein Gott! Ich habe ihn geclitcht! Ah! Gehauen! Alter! Oh nein! Oh oh! Was ist denn jetzt da ab? Wir glitschen oder sowas? Guck mal! Oh oh! Das sind so Laserdinger! Oh oh oh! Oh hier! Oh mein Gott! Dass der da nicht reinkommt, ne? Guck mal! Er ist zu dick dafür! Oh! Ich kriege euch nächstes Mal! Alles klar! Das ist ja klar! Okay, komm, okay, komm, lass jetzt wieder weggehen! Okay, komm, wir müssen jetzt hier über diese... Hier rum! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ja! Oh, hier auch noch rüberspringen! Sehr gut! Oh mein Gott, ich habe hier ein bisschen Angst hier, ne? So, okay, passt, passt! Okay, okay, okay! Weiter geht es jetzt hier durch den Lüftungsschacht, ne? Ey, der hat auch noch einen Schlüssel in der Hand bei mir! Ja, stimmt, bei mir auch! Und runter hier! Der soll den mal loslassen! Der soll, glaube ich, den Weg hier! Bam! Aufboxen! So, aufgeboxt! Sehr gut! Und jetzt wieder auf den roten Knopf! Und jetzt haben wir hier... Oh, bei dir schnell, bevor die Dinger runterfallen! Oh, die sind nicht lange oben! Oh, da ist alles gut! Wer weiß, wie lange die nur oben sind? Okay, alles entspannt, Leute! Alles cool! Pass auf, lass dir die Rüben weiter hochgehen! Ja, ich weiß! Ja, die sehen auch sehr rutschig aus, so! Oh, ich bin die Spikes gefallen! Du bist voll runtergesprungen! Was hast du getan? Ich muss von hier ganz hinten wieder mit dem Knopf wieder hoch! Oh mein Gott! Da sehe ich dich! Wie so ein Noob! Was ist denn Noob, Alter? Da wieder springend wie so eine Ameise da hinten! Oh, da hast du das Abzeichen nicht gesehen hier unten! Hey, ich sehe dich doch, du Idiot! Ja, aber ich glaube, da liegt eins, oder? Auf der Röhre? Nein, da liegt keins! So, erstmal... Alter, es ist immer noch kein Checkpoint hier, ne? Oh Gott, oh Gott! Ich sage mal, so, wenn du jetzt runterfällst oder draufgehst, dann war es das mit dir! Oh mein Gott, was machst du? Äh! Okay, nicht schlecht, nicht schlecht! Easy, easy! Lava, hier sind wir so ein Rohr auch undicht, ne? Ich weiß einfach, so ein Lava-Rohr ist undicht, als ob... Oh nein, hier musst du aufpassen! Oh, rutschig, rutschig, rutschig! Runter! Oh ja, schnell hoch! Oh ja! Uh! Und... Spring! Und... Wer ist jetzt hier drüben, ne? Ich bin doch vor dir! Ich bin doch vor dir! Ich bin doch vor dir! Ähm... Oh mein Gott, ich dachte, du hättest mich da vielleicht nicht gesehen! Ich war direkt neben dir die ganze Zeit! Hätt ja sein können, dass du mich da trotzdem nicht siehst! Jetzt weiß ich das oder was? Unglaublich! Einfach un... Un... Unglaublich! Okay, hier... Oh mein Gott! Siehst du die Bären fallen? Achtung! Oh mein Gott! Ja, die sind auch nicht gerade oder so, die sind einfach schief! Hier, ich drück zuerst den Knopf, weil ich der Knopfdrücker bin! Anni, aufhören! Oh oh! Nein! Oh nein! Er hat uns auf! Ich hab dich! Au! Wo bringt er uns hin? Was? Guck mal, der hat uns in irgendein Labor gemacht! Er hat uns eingesperrt oder so! Wage es nicht, von mir zu fliehen! Und ich hätte dich die ganze Zeit beobachten, sagt er! Und er ist eingeschlafen! Ah! Perfekt! Na gut! Schnell, nimm den Hammer hier! Nimm den Hammer! Ich hab noch einen guten Job gemacht hier! So, setz dich mal ruhig neben mich! Wir machen kurz die Halsbesprechung! Bro, der schläft! Ich dachte, wenn er aufwacht! Ja, ich wollte doch... Na gut, okay! Ich dachte, der mag mich jetzt wieder! Na gut, dann halt! Guck! Arbeit, 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 Arbeit! Die ganze Zeit nur Arbeit! Arbeit, Arbeit, Arbeit! Alles klar, okay! Komm schnell! Und... Brauchst du den Hammer noch gar nicht! Zack! Zack! Bam! Sooo! Au! Aua! Tut weh am Rücken! Ganz schön heiß hier! Oh, wo bin ich! Sooo! Hast du hier geradeaus weiter die Röhre gelaufen, oder was? Hehehe! Hä? Bist du hier? Ah, du bist draufgegangen! Ah, Mann! Ich wollte mich da runter... Ich wusste, dass du rechts stehst! Ich wollte mich da verstecken! Das war ja richtig schlecht von dir gerade! Okay, hier! Guck mal hier! Ich werde jetzt kein einziges Mal mehr draufgehen, ne? Kollege! Sagste! Das wirst du jetzt sehen, wie ein Profi-Obby-Master nie wieder draufgehen wird! Egal! Was vor ihm jetzt kommt! Ich werde nie wieder... Ey, was ist das? Ich hab Explodieren gekauft, Alter! Und auf einmal... Dann geht das gar nicht! Oh, hier Spawn-Knopf! Oh! Ich hab schon 500 Robots ausgegeben, oder so! Ah! Ah! Na gut! Na gut! Na gut! Okay, weiter geht's hier! Die Säure kommt! So, ja, alles entspannt! Alles! So, bitte frei machen! Bitte den Weg einmal frei machen! Danke! So! Rüber hier! Oh! Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! War das knapp! Alter! Hä? Wie kommen wir jetzt hier rüber? Äh! Hä? Oh mein Gott! Bist du blöd? Hä? Ich hab' ich gecheckt hier mit den Paletten, oder was? Hä? Alter! Wie easy! Hä? Wo bist denn du jetzt? Ich bin drüben! Da oben! Ah! Paletten, jetzt komm dran hier! Ja! Und ich lauf schon mal hier hinten weiter, ne? Du kannst ja mal in Ruhe da hinten ein Ei legen, oder was du da machen wolltest! Paletten! So! Hier! Weiter geht's! So! Hier alles! Nee! Alles easy! Guck mal hier! Wenn du raus kannst du auch abkürzen! Wo bist du hin? Wo bist du hin? Wo bist du hin? Wo bist du hin? Ach so! Okay! Ja! Mann! Das süßt ihr dich etwa nicht, oder was? Das hätte ja sein können, dass du richtig blind bist! Weiß ich aber nicht! Ja! So! Hier nach oben fahren! Ja! Du hast es nicht gesehen! Ich seh dich doch da! Scary Boss! Abzeichen! Jawoll! Was? Oh Mann! Das ist ja so ein schlechter Fake-Name! Gar nicht! Das ist voll der gute Name! Scary Boss! Du brauchst jetzt 3000 Jahre länger und ich kann jetzt oben schon mein Ding machen! Scary Boss! Das ist voll der krasse Name! Das ganze saß da mal! Alter! Was denn hier? Wieso? Was soll da oben sein? Ich glaub schon hochgefahren, ja! Kann es mal schneller gehen? Schneller! 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 Los! Alter! Ja! Das ist ja so krass hier oben! So! Hier! Jetzt bin ich auch mal endlich am Start! Zapp! Yo! Was ist das so ne Garage? Also deine Verstecke sind so billig! Also ich kann da nicht rein! Nein! Das sind solche billigen Verstecker die noch nie gesehen! Das ist die Garage vom Scary Boss! Die sieht jetzt meine Oma und die hat nicht mal meine Brille auf! Dann sieht man trotzdem! Ja! Hat die einfach nur gute Augen! Kann ich noch nicht dafür! Ja nein! Die hat ganz schlechte Augen und trägt trotzdem keine Brille und sieht dich! Komm mal hier! Aber dafür bin ich jetzt! Ach man! Wie kann man so schlecht sein! Okay! Das hab ich jetzt nicht gesehen! Du bist runtergefallen! Warte! Ich bin Profi Bro! Du bist runtergefallen! Der Profi nimmt den Weg zweimal! Der Profi schafft den Weg auch zweimal! Okay! Der Profi schafft den Weg zweimal! Ich wollte es nur sagen! Ich wollte mich nur beweisen! Der Profi schafft den Weg zweimal! Ja! Es ist ja so! Du hast ihn doch schon beim ersten Mal nicht geschafft! Mein Gott! Alter wo sind wir? Das war ganz groß gemacht! Ja! Was ist? Ich glaube wir sind jetzt hier gerade auf dem Dach oder so! Oh Gott! Wir sind in der U-Bahn! Hier sind wir auf dem Dach! Nein! Auf dem Hochhaus sind wir! Ja! Weiß ich doch! Sieht man doch! Guck mal um dich herum! Auf dem Hochhaus! Hochhaus! Hoch hinaus! Oh nein! Nein! Oh nein! Er hat uns gesehen! Er ist aufgewacht! Verdammt! Oh nein! Lauf! Hier ich habe hier eine Kanone! Ich auch! Oh mein Gott! Alter! Der heult voll! Der heult voll wenn ich den treffe! Hey komm! Wir tun uns zusammen! Der Boss kriegt eine Gehaltsverminderung! So! Und nochmal! Und nochmal! Alter! Hast du auch diese blauen Teile? Ja! Er hat so Laserstreifen auf dem Tod! Ich habe ihn! Sehr gut! 400! 250! Oh mein Gott! Er ist so dick! Ich stehe auf ihm drauf! Alter! Jetzt kommt ein Helicopter! Hö! Ich stehe auch auf ihm drauf! Was macht der jetzt? Heli Rescue! Der holt uns ab! Oh mein Gott! Guck mal! Das ist mein Kollege! Der holt uns ab! Okay! Lass uns aus diesem Ort verschwinden! Ha! Ich bin zuerst weg! Ich bin zuerst weg! Nein! Kann nicht sein! Ich hau zuerst ab! Ich hau zuerst ab! Na gut! Aber nicht schlimm! Nicht schlimm! Ich werde dich schon noch schnappen! Mit der Nuke! Kaufen! Ha! Nein! Nein! Ha! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wie... Bro! Ich muss noch mal gegen den... Nein! Das ist der letzte! Bro! Ich komm hier hoch! Siehst du nicht? Ich bin entkommen! Nein! Bro! Ich bin eingefangen im Käfig und komm nicht mehr hier rüber! Was ist das denn? Ich hab die ex zu dir gesehen! Das hat alles gut! Für immer gefangen! Nein! Hier ist ein Skateboard! Ja! Hier sind Pokale für mich! Juhu! Juhu! Und... Körper! Nicht! Nicht! Was ist los? Was ist los? Guck dir das an! Das Wasser ist irgendwie vergiftet! Da siehst du die ganzen Blubberblasen! Du hast recht! Ich wollte da gerade reinspringen! Oh Gott! Und guck dir mal den hier an! Der ist da reingesprungen! Nein! Das ist mein Bruder! Nein! Guck mal! Die ist auf ihrem Donut! Der hängt da fest! Hey! Um Gottes Willen! Was ist mit der denn los? Aber weißt du wer schuld ist? Und zwar hier! Da oben der da sitzt! Mr Brain! Alter was! Der sieht ja aus wie eine Ratte! Das ist auch so ein Ratten-Gesicht-Kopf! Alter! Das ist der richtige Ratte der Typ! Der ist ein richtig komischer Typ! Alter! Warte mal! Wir können ja in den Shop reingehen! Ja! Und können jetzt uns hier anscheinend einen Blick hier raffen! Okay! Sagen wir! Jeder kauft sich drei Sachen! Okay! Jeder kauft sich drei Sachen! Okay! Dann kaufe ich einmal ganz kurz das hier! Das wollt ihr nicht verpassen! Was? Wie bei Carsten wirst du echt trollen hier! Dann hole ich nochmal das hier! Auf ganz entspannt! Und jetzt hole ich noch eine geheime Sache! Die wirst du niemals... Wieso? Was meinst du? Wirst du niemals kommen? Okay! Hier ist auch gerade die dritte Sache! Okay! Hier wirst du drei Sachen geholt! Guck mal! Ich habe aus dir gratis geschenkt bekommen! Dafür hast du hier so viel Geld ausgegeben! Hä? Ich auch! Guck mal! Bin gespannt was du für Sachen geholt hast! Ja! Ja! Nasser Boden! Ich würde sagen... Ich zeig das gleich mal! Ich zeig gleich mal meinen ersten Gegenstand! Oh Gott! Okay! Und ja! Okay! Checkpoint auf entspannt! Guck mal her hier! Guck mal her! Ich zeig dir das jetzt mal! Was denn? Oh! Guck mal! Alter! Dein Petter hat eben gerade Feuer gespeiten! Dein Drache! Hast du das gesehen? Ja! Der macht die ganze Zeit schon! Ah! Was ist denn das? Guck mal jetzt hier! Alien Shop! Oh mein Gott! Was hast du gemacht? Alter! Du hast dich komplett gestört! Warte mal nochmal! Oh mein! Der Pet ist weg! Ah! Hör auf! Was machst du? Du hast auch eine? Ich hab die auch gekauft! Aber jetzt ist dein Pet auch weg! Ja stimmt! Und guck mal jetzt der Typ da hinten! Bam! Oder sie da hinten! Bam! Hahaha! Oh mein Gott! Okay! Kein Problem! Nein! Guck mal hier! Der Typ! Der Bademeister hier! Ich komm zurück! Was ist denn? Der hier! Guck mal wie der guckt! Oh Gott! Ich weiß! Der ist komplett von uns geholt! Wir müssen jetzt hier glaube ich durchgehen! Oh Gott! Vielleicht doch nicht! Sackgasse! Hier vielleicht? Das ist alles Sackgasse! Ich bin bis jetzt in jede Sackgasse reingelaufen! Sackgasse! 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 Gut! Ein Entleracken! Gar nichts! Gar nichts! Ja! Was hattest du da gerade? Was war das? Vielleicht! Ich meine ich hatte... Hier so wenn man... Oh! 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 Oh mein Gott! Hast du es rüber geschafft? Oh! Ey! Ich geh direkt auf die Felder drauf! Oh! Als wenn du es so geschafft hast! Pass auf! Pass auf! Wie ein Profi mach ich das jetzt! Oh! Let's go! Oh mein Gott! Und runterspringen! Lass fallen! Wow! Alter! Nicht schlecht! Sag mal! Ey! Ich hab den Check voll nicht bekommen! Nein! Weh! Ich hab den nicht bekommen! Ich wollte die... Oh! Ja! Ich hab ihn bekommen! Wieso hast du den bekommen? Ich nicht! Hahaha! Was? Was als wenn? Niemals! Niemals hast du das... So ein Karma! Oh nein! Ah! Oh mein Gott! Ich bin oben rüber gesprungen über die Rakete! Ja! Oh mein Gott! Wir haben drei... Wir haben wirklich eins zu eins die gleichen Sachen gekauft! Als ob! Hey! Guck mal wie krass! Guck mal! Ich kann dir die Sachen alle einfärben! Ich bin dann runter gefallen! Wie einfärben! Ich kann dir... Wie krass das denn? Ich kann dir alles einfärben! Lol! Dafür sind die gut! Egal wo ich hinfeuer! Oh mein Gott! Das ist alles grün! Ich hab jetzt gerade... Ah nein! Ich geh schon wieder drauf! Das kann doch jetzt nicht sein, Bro! Oh nein! Okay! Wir müssen jetzt ein bisschen mehr fokussieren! Wir müssen ja immer noch von Mr. Brain entkommen! Oh nein! Ah! Wehe! Ich hab ihn nicht bekommen! Wehe! Ich hab den Checkpoint nicht bekommen! Doch! Du hast ihn nicht bekommen, ne? Ich hab ihn bekommen! Ja! Okay! Glück gehabt! Glück gehabt! Oh! Der in der Mitte ist richtig! Der in der Mitte ist richtig! Yeah! Nein! Hast du das gesehen? Wo fährt der denn hin? Okay! Los! Das ist... Du Atti! Du Atti! Pass mal auf! Jetzt zeig ich dir mal wie ein Profi das macht! Okay! Dann zeig her! Ich bin sehr gespannt! Und... Ja! Wo schießt du hin? Als wär das hier... Als wär das irgendwie... Aha! Aha! Der hier ist also... Oh mein Gott! Und jetzt der hier! Ja! Ja! Oh! 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 Hau ab! Ey! Ja! Da haben wir den nicht getroffen! Aufgehalten! Ey! So ein... Ja! Geschafft! Okay! Kein Problem! Dafür schaffe ich hier diesen Sprung easy fiese rüber! Ohne... Okay! Tschüss! Au! Au rein! Ich bin im Portal! Alter! Wo sind wir denn jetzt? Wieso? Was ist da? Hey! Wie krass ist das denn hier? Ich hab's schon wieder nicht geschafft! Das ist voll schwer hier! Ey! Das sieht ja so krass aus! Ja! Ich bin runtergefallen! Ey! Das ist ein komplett krasser Wasserpark! Haha! Alter! Den hab ich noch bekommen! Wenn ich den jetzt nicht bekommen hab, Alter! Wir! Den hast du euch... Ja! Okay! 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 Lass wir hier rüber gehen! Weil der Wasserpark ist auf jeden Fall nicht ganz einfach! Ja! Ja! Ich merk das schon! Ja! Vorsichtig rüber! Das ist nicht dein Ernst! Dafür, dass du mich abschießen wolltest! Aha! Jetzt mach ich den Rest noch alles grün hier! Damit du schon über grüne Sachen rüber gehen musst! Hahaha! Ja! Das seh ich wie grün du das machst! Okay! Oh Gott! Du willst also wirklich Stress heute! Ähm... Ja! Ähm... Ja! Bitte! Hä? Warum sind die unsichtbar? Ja! Stimmt! Ach! Ich wusste... Ich wollte grad hochspringen! Hau rein! Hau rein! Ja! Oh mein Gott! Ja! Ja! Schnell! Komm! Komm, 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 komm! Nein! Easy, peasy, easy! Ganz entspannt! Warum sind hier Flöße drin, das ist echt ne gute Frage! jetzt will ich mal sehen wie du es rüberschaut so easy ach ich bin doch ausgewichen ich bin doch ausgewichen warum ging das denn jetzt nicht das war nicht so schlau hier ein bisschen rüber laufen und jetzt da oben in diese bunten dinger mit dem enterakten du meinst und so guck mal aber und jetzt ja danke danke auf jeden fall und zwar müssen wir hier das ist jetzt reicht jetzt reicht es umdrehen nein das glaube ich nicht dass du den überlebt ja oh mein gott das war es mit dir ich weiß alle fälle grün oh mein gott ich hatte ganz was den ganzen see grün gemacht was ein säuresee oder was mein gott ist alles so grün ist gerade stimmt was ich jetzt nicht mehr für eine taktik das ist nicht dein ernst verdammt ja hau ab kollege nein schnitzel das war es mit dir du musst nachladen was sollte das denn ich war noch gar nicht beim checkpoint deswegen das tat jetzt gerade so gut also wirklich ich schieße mich hier selber in die luft naja gut aber nicht schlimm nicht schlimm wo bist du ja ich bin draufgegangen ich bin oben bei boah das war ein shot das war eine richtig gezielte ladung jetzt ja meine chance nach oben zu kommen meine chance nach oben zu kommen ich war gefühlt schon rüber ich war gefühlt schon rüber ich war gefühlt schon rüber hör auf was machst du denn da schon wieder sagt man kann ich die raketen oh mein gott oh mein gott was wie kann das sein warum gehst du trotzdem drauf so waffenstillstand ok alter ich wurde gegessen krass ich die zunge die sehen richtig eklig aus aua und du bist wieder am schummeln mit dem enter hat hast du das gesehen hast du das gesehen hast du gemacht nichts wie ein gott komme ich angefangen ja der war nicht der war nicht schlecht auf jeden fall der war nicht schlecht ja die einigen laufen die anderen fliegen ja du meinst du bist bei dem man spiderman sie schon weiter ja ich wusste ich habe noch gewartet davor ich habe voll den typen geholt ich habe auch so einen typen geholt mann der ist ja gerade durch ach du bist draufgegangen ah ja nein ich gehe drauf wie so eine lusche verdammt mann ey nein ich weiß wo wir hier drin sind in den damen alles voller kacke oh Gott oh Gott über die Würste rüberspringen oh Gott oh Gott oh Gott das stinkt hier auch und er kackt uns aus wow hey warum bin ich für dich ausgekackt hallo nein das ist schwer mit dem stromnest kein problem hier für profis ok sagst du also du mit deinem jet ich das hörst du das ist die jetpack musik na toll nein wirst du das funktioniert nicht oh ok ok hey wow das tat so gut bin so gut geflogen gerade das tat so gut ausweichen weg hier rückzug nein und jetzt rein hier wow wow hier sind böse Katzen hab ich noch den Jackpot bekommen da den Jackpot den Jackpot hier sind böse Katzen ich hab ihn nicht bekommen stell zurück nein wo fliegt der hin man was soll das der macht Schutzflug das bist du ich bin jetzt drüben wieder hau ab hau ab ausweichen oh gott ach man wo bist du denn hingeflogen mann ja der leuchtet nach unten hier so jetzt aber ok und naja sag mal du was soll das denn werden mann wo bist du der beste mal irgendwo hin bro das Ding kann man gar nicht steuern ich muss dann wieder die Richtung gucken ich bin draufgegangen schon wieder drückter Schott das ist nicht dein Ernst man ich war jetzt gerade einmal kurz davor mann kann doch nicht sein so jetzt aber warte mal ich spiele ein bisschen mit den Katzen ok alles gut das ist ein Witz das kann nicht sein bro ich lenke so gut ich lenke perfekt wie ein Jetpack Jet oh die Katzen müssen streicheln und sowas hochziehen ja was was nein das ist ein Witz das ist echt ein Witz ich lag schon aufm Brett ich lag schon aufm Brett mann ich hab kein Witz was ist denn das was war schwer damit das ist jetzt hör mal auf jetzt hör mal auf jetzt wird gleich passiert ich überskippe gleich hier die Stage ok nochmal jetzt hör mal das ist doch ein Witz das ist doch so hardcore schwer bro ja Leute ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr hoppa wow ja nein und ich komm gut und rein ja endlich ok ok dann gehts hier durch die Katzen durch auf jeden Fall ja aufpassen und durch gehts hier nach draußen wo wir schnell werden yo wo sind wir denn jetzt juhu yeah ich hab's mir schon gesagt extrem schnell nein aber kann ich den Jetpack da auch ich bin schneller ich bin schneller als mein Dingens was ist das findest du so komisch was bleibst du da so gucken nein nein diesmal nicht Freundchen du bist voll langsam mit deinem Jetpack oh nein hau ab oh Gott oh Gott hau ab oh oh Alter war das knapp du hast Doppelsprung gekauft oder sowas was hab ich gekauft Doppelsprung oder sowas ja 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 noch bekommen ich glaub ich hab ihn auch bekommen ich hab ihn auch bekommen ich hab ihn auch bekommen ich hoffe dass wir ihn nicht bekommen ja ok nein wir haben es geschafft Caspar wir sind entkommen juhu das war es in dem Fall gewesen meine Freunde wenn ihr von der Märzen möchtet lasst gerne ein Like und ein Abo da stellt euch für jedes Video aus immer gerne draufklicken auf drei bis morgen ciao ciao